Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, nächste Woche geht's los, das Shooting und der Videodreh zu meiner neuen Modemarke M&M. Es geht jetzt Schritt für Schritt, Zack auf Zack und Mitte, Ende September droppt dann endlich M&M. Und da müsst ihr auf jeden Fall gespannt sein, denn wie ihr schon wisst, es gibt nur ganz, ganz wenig Stück. Wer sich da was sichert, hat ein Unikat in der Hand und das sollte man sich auf keinen Fall nicht gehen lassen. Fashion aus Vienna wird ganz EU-West übernehmen, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Liebe Leute, keine Ahnung warum, aber es haben sich unzählige von euch ein bestimmtes Video gewünscht. Es steht auch schon im Titel, meine Kappensammlung. Also ich trage prinzipiell in letzter Zeit eher weniger Caps, so im letzten Jahr hat sich das irgendwer ergeben, dass ich kaum noch Caps trage. Trotzdem habe ich über die Jahre sehr, sehr viele Caps gesammelt und die befinden sich, wie ihr das in meiner Roomtour, wer es noch nicht gesehen hat, hier jetzt nochmal verlinkt, schon gesehen habt. Ganz versteckt hinter diesem Spiegel. Ja, so auf den ersten Blick schaut das nach relativ wenig Caps aus, aber wenn man es von der Seite schon mal hinsieht, das ist alles aufeinander geschlichtet, damit sich da jede Kappe ausgeht. Also ich muss dazu sagen, vor zwei, drei Jahren habe ich unzählige Caps getragen. Ich bin fast kaum noch ohne Cap hinausgegangen, dementsprechend hat sich da über die Jahre sehr, sehr viel gesammelt. Ich muss aber dazu sagen, ich glaube 95% der Kappen, die ich euch heute zeige, setze ich einfach nicht mehr auf, weil ich finde, es entspricht nicht mehr der Mode. Mir gefällt es auch einfach nicht mehr so. Nur mehr die gebogenen Caps, wie zum Beispiel eins meiner neuesten, die ich von The Army bekommen habe, Shopping Vlog, wer es noch nicht gesehen hat, hier nochmal zur Sicherheit verlinkt. Und jetzt werden wir uns einfach alle Caps anschauen. Ich habe keine Ahnung, wie viele es sind. Ich nehme an, es sind zwischen 35 und 40. Ich kann es gar nicht abschätzen. Und wir werden jetzt einmal Schritt für Schritt alle Caps durchgehen. Ich erzähle euch, wo ich sie her habe, warum ich sie mir gekauft habe. Bei den meisten weiß ich es vermutlich gar nicht mehr. Und wir sehen uns die einfach nach der Reihe an. Schätzt jetzt schon mal in den Kommentaren, wie viele es sind. Und wer so intelligent ist, kann schon mal mitzählen und dann am Ende schon mal mit dem Ergebnis spoilern. Bin gespannt, wer es schafft. Gut, mit dem Hut, ja, ist keine Kappe, brauchen wir gar nicht beginnen. Mit dem fangen wir nicht an. Sondern wir fangen an mit dieser Cap hier. Das ist ebenfalls eine gebogene Cap mit dem Yeezy Bear oben. In beige kann man das gut zu einigen Outfits kombinieren. Ganz, ganz nice finde ich die. Dann habe ich hier natürlich eine weiße Anti-Social-Social-Cap Cap. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich dafür bezahlt habe. Ich weiß auch bei der Yeezy Cap nicht mehr. Bei den meisten Kappen weiß ich den Preis einfach nicht mehr. Ganz clean mit dieser Anti-Social-Social-Cap-Font. Passt eigentlich zu sehr vielen Outfits. Wird auch zu diesem Outfit gut dazu kommen. Hier habe ich die gleiche Kappe nochmal in pink. Mit dem Yeezy Bear habe ich mir vor ein, zwei Jahren gekauft. Weiß ich jetzt auch nicht mehr, wann das war. Hier habe ich eine Military-Kappe. Also wir haben hier so einen Digitan in dieser Sand-Optik. Die finde ich sehr, sehr nice, weil ich die immer wieder gerne auch heute noch aufsetze und mit Outfits kombiniere. Hier habe ich dann noch einen Patch. Hier vorne ist so ein Klettverschluss. Hier habe ich ein Patch von der Garde-Kompanie draufgegeben, weil ich finde, das passt ganz gut. Und da war ich ja damals auch. Da war ich noch korporal. Das ist lange her. Auch eine der neueren Caps, die habe ich bekommen. Da war ich bei Iron Road for Children. Das war so eine Veranstaltung für kranke Kinder. Die habe ich dort bekommen. Die finde ich sehr, sehr nice. Das ist so eine Trucker Cap mit hier diesem Netz. Trage ich ab und zu, wenn es zum Outfit passt, why not? Also was da im Endeffekt oben steht, ist mir nicht immer ganz wichtig. Was früher schon heute ist, ist nicht mehr wichtig. Der Style muss einfach passen. Wir haben hier eine klassische Flexfit Cap. Die machen eigentlich ganz gute Qualität. Das sieht man auch auf diesem Patch. Der ist ganz typisch für diese Marke. Die stellen Caps her und die kann man dann beprinten lassen. Nächste Cap ist eine klassische New Era Baseball Cap. Der Standardpreis, den ich bezahlt habe, ich glaube 30 oder 35 Euro. Ich muss dazu sagen, ich habe die Kappen. Also das hat sich von Jahr zu Jahr unterschiedlich ergeben. Ganz am Anfang, wo ich Kappen getragen habe, jetzt ohne Witz, habe ich die Kappen ernsthaft zugetragen. Das war tatsächlich mein Ernst. So hatte ich die Kappen auf. Deswegen habe ich sie mir immer eine Spur kleiner gekauft, damit ich sie einfach so ablegen kann. Für mich die größten Opfer sind diejenigen, die die Kappen so aufsetzen. Kennt ihr die, die die Kappen nicht wirklich aufsetzen, sondern einfach nur so drauflegen? Und dann von der Seite sieht das Ganze dann so aus und die fühlen sich alle mega cool. Ich glaube, jeder von euch hat so einen Freund, der die Kappen so aufsetzt. Keine Ahnung, warum man das macht. Finde ich aber mega witzig. Die nächste Kapp ist diese hier. Wir haben hier so einen leichten Zebra-Look. Hier vorne steht Come the Fuck Down. Damals kannte ich die Marke Come the Garcon noch gar nicht und fand das einfach witzig und haben sie mir dementsprechend auch gekauft. Weil zu dieser Zeit war es ganz, ganz selten, dass es hier so beprintete, bunte Schirme gegeben hat. Und das fand ich früher mega, mega cool. Deswegen war das für mich auch so ein bisschen eine Sammlergeschichte, so eine zu bekommen. Ich habe aber noch eine ähnliche. Diese hier. In rot, auch mit diesem Zebra-Print-Logo. Oder das ist mehr so ein Schlangenleder eigentlich. Die finde ich bis heute richtig nice. Keine Ahnung, warum ich die nicht mehr aufsetze. Aber auch die finde ich sehr, sehr geil, weil du einfach dieses flashige Rot hast mit diesem Pharao. Kennt, glaube ich, kennen vielleicht manche noch von euch diese Marke. Also auch heute finde ich die sehr, sehr cool. Last Kings heißt die Marke. Ich weiß nicht, ob mir die überhaupt noch passt. Ja, why not? Also die könnte ich heute eigentlich auch aufsetzen. Finde ich ganz cool. Die nächste Cap im Bunde ist eine Supreme Cap. Die habe ich direkt im Supreme Store in Paris gekauft. Dort war ich vor Ort und war der festen Überzeugung, dass ich dort einfach Supreme Sachen einkaufen kann. Logischerweise war alles ausverkauft und ich habe nur mehr Socken und diese Kappe bekommen, die ich eigentlich nie aufsetze, weil sie farblich einfach nirgends dazu passt. Keine Ahnung, was ich für die bezahle. 50 Euro oder so. Don't know. Das ist eine Kappe, die ich ab und zu gerne noch aufsetze. Rauschkind steht hier vorne drauf. Die ist von Holy Shit. Holy Shit gibt es leider nicht mehr. Das ist eine Freundin von mir, die hatte damals eine eigene Modemarke gestartet, die mega eingefahren ist in Wien. Von der werden wir heute auch noch eine Kappe sehen oder vielleicht sogar noch zwei. Die finde ich sehr, sehr cool, weil ich den Spruch einfach passend finde, weil es dieser Basic Look ist und weil es einfach ein Eyecatcher ist. Bezahlt dafür. Ich glaube, die habe ich geschenkt bekommen von ihr sogar. Hier sogar noch dieser Holy Shit Pin. Der war immer auf jeder Kappe drauf. Die nächste Kappe, eine Obey-Kappe. Kleine Randnotiz. Mein Instagram-Name, Max Obey Me, ist tatsächlich, ich meine, das ist ja schon ein uralter Name, tatsächlich von der Marke Obey beeinflusst. Wer hätte das gedacht? Keine Ahnung, wie lange ich diese Kappe schon habe, aber ich weiß ganz genau, dass das ein irrsinniger Kampf war, die zu bekommen. Gab es einfach nirgends mehr. Also Gott sei Dank habe ich sie noch bekommen. Finde ich heute auch noch nice, weil wir einfach hier dieses gräuliche, auch in der Schrift wiederfinden mit dieser weißen am Rand. Finde ich sehr, sehr nice, aber ich glaube, die passt mir einfach nicht mehr. Doch, passt mir noch, aber ich weiß nicht, ich mag diesen Look einfach nicht mehr. Also ich setze kaum noch Snapbacks auf. Don't know why, aber ich finde es einfach nicht mehr so cool. Die nächste Cap, und jetzt sieht man, Freunde, dass ich die schon länger nicht mehr aufgehabt habe. Die ist schon extrem verstaubt. Atlanta Cap, ganz klassische Base Cap, wieder in einer kleinen Größe, damit ich sie so aufsetzen kann. Ja, das fand ich damals wirklich cool. Keine Ahnung, was da mit mir abgegangen ist. Hier haben wir wieder eine Anti-Social-Social Cap Cap, genau wie die weiße, mit dieser klassischen Schrift auf der Seite, setze ich heute auch noch immer wieder gerne mal auf. So, Freunde, hier habe ich jetzt drei Caps am Start. Zum einen, ich glaube, diese Kappe, das ist so die Basic Cap, haben wirklich einige von euch zu Hause. Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Marke die war. Steht hier auch gar nicht drauf, aber die habe ich auch sehr, sehr oft aufgehabt, weil sie clean ist, weil sie einen weißen Aufdruck hat und weil der Schnitt gar nicht so schlecht ist. Hier habe ich eine graue Kappe, da steht drauf, don't trust anyone. Hier unten ist dann nochmal so ein Print, Illuminati. Finde ich sehr, sehr nice. Habe ich auch kaum noch auf. Weiß nicht mehr, wo ich die überhaupt her habe. Vielleicht habe ich die gefunden irgendwo. Man weiß es nicht. Finde sie aber nach wie vor eigentlich ganz cool, aber Snapbacks trage ich einfach nicht mehr. So, hier haben wir nochmal eine ganz klassische OB Cap in blau-rot. Auch das muss zum Outfit einfach passen, weil ich nichts davon erhalte, wenn die Cap einfach nicht zum restlichen Fit passt. Das ist irgendwie so clownshaft und so, als hätte man einen Fahrradhelm auf, der so circa zu keinem Outfit passt. Nicht mein Style, setze ich kaum noch auf. Hier nochmal eine OB Cap in rot-schwarz. Auch die ist sehr, sehr basic, setze ich nicht mehr auf. Und jetzt kommen wir schon langsam zu meinen Lieblingscap, wie zum Beispiel eine, die ich mir selbst anfertigen ließ. Das war damals in New York. In New York habe ich mir diese Kappe dort besticken lassen. Das war damals eine Weltneuheit. Also das habe ich das erste Mal in Amerika gesehen. Heute überall in Deutschland und Österreich möglich. Die habe ich mir besticken lassen mit der Aufschrift Bauernlaufstück Wiener Neustadt. Also die finde ich sehr, sehr nice. Wenn ich da in Wiener Neustadt damit auflegen bin, kassiere ich immer wieder böse Blicke. Aber ich finde es bis heute eigentlich sehr, sehr witzig, weil sie einfach genau das Klientel wiedergibt, das man dort immer wieder antrifft. Aber vor allem mein Herz schlägt für Neustadt. Deswegen no front, würde man sagen, oder? Und man merkt schon an dieser Cap, hier ist wieder eine OB-Cap, ganz schlicht in grau-schwarz. Und da merkt man, dass ich OB sehr gefeiert habe damals. Aber auch die setze ich eigentlich kaum noch auf. Und wie man hier schon erkennen kann, man sollte die Kappen einfach nicht so in den Koffer schmeißen, weil die dann einfach zerdrückt werden. Und das kriegst du dann nie wieder raus. Also das sieht man jedes Mal beim Aufsetzen. Das ist halt ärgerlich. Ich glaube, es gibt sogar eigene Kappen auf Bewahrungsbehälter für den Transport. Habe sowas nie gekauft. Aber die auch relativ schwer zu ergattern, mega happy. Dann, die erste Cap, die ich mir als Maximilian, das ist ja eigentlich mein DJ-Name. Damals, die sind ja auch Maximilian mit Abstand. Ja, was für ein Unterschied. Also Max-A-Million. Die habe ich mir damals machen lassen. Auch hier sieht man dieses rote Leoparden-Muster. Finde ich auch sehr, sehr nice. Keine Ahnung, wo ich die besticken ließ. Aber die dürfte ich relativ oft aufgehabt haben, wie man schon am Schweißrandel sieht. Jedes Mal beim Videodrehen, auch die Kappe wird Schweißränder bekommen. Es wird einfach so heiß, wenn die Fenster geschlossen sind. Die Cap ist relativ funny. Grüße gehen raus an Rudy MC. Mit dem war ich damals auf Sunspersplash unterwegs. Habe einen Typen mit dieser Kappe gesehen und habe die ganze Zeit von dieser Kappe geschwärmt. Was macht er? Geht einfach zu dem Typen hin, stiehlt ihm die Kappe und gibt sie mir. Die hast du einfach, die hast du nur in Amerika bekommen. Also das war einfach ein Grail von mir, der durch Diebstahl, Gott sei Dank nicht meinerseits, erreicht wurde. Aber das war eine Cap, die ich immer wieder aufgehabt habe und die ich bis heute noch feiere, weil sie einfach diese klassische O-Beschrift hat. Und weil es früher gab es das einfach noch nicht mit diesem Leopardenmuster. Das war für mich was ganz, ganz Besonderes. Hier haben wir, glaube ich, eine Kayla & Sons. Ich glaube, die vorige Kappe kostete übrigens 70, 80 bis 100 Euro. Ich weiß es überhaupt nicht. Kann es nicht sagen, aber die war sehr, sehr selten und sehr, sehr teuer. Ich meine, ich habe es nicht bezahlt, aber ich kenne die Preise. Die ist von Kayla & Sons. Paris Fucking City steht da drauf. Nach dem Anschlag in Paris war es relativ schwierig, die Kappe eine Zeit lang zu tragen. Wir haben hier so ein typisches Blumenmuster. Fand ich sehr, sehr cool. Habe ich immer wieder mal getragen. Heute natürlich nicht mehr. Übrigens, Leute, war ich so ein unfassbarer Kappen-Fanatiker, dass ich mir sogar eigene Tricks mit Caps einstudiert habe. Keine Ahnung, ob ich die heute noch kann, aber ich werde mal ein paar versuchen. Okay, okay, schauen wir mal, ob ich heute... So habe ich es natürlich auch gehabt. Schauen wir mal, ob ich heute noch was zusammenbringe. Nach tausend Versuchen endlich geschafft. Also ein bisschen was kann ich noch, aber damals war ich echt ärgster Pro. So, nach dieser kurzen Session würde ich sagen, wir schauen uns die restlichen Kappen an. Ich nehme jetzt da einfach mal so einen Stoß heraus. Wir haben vor kurzem erst bekommen natürlich meine Dür Ami Cap, genauso wie die, auch ebenfalls gebogen. Die einzigen Caps, die ich jetzt noch aufsetze. Die finde ich sehr, sehr nice. Ebenfalls von der Marke Holy Shit. Die habe ich sehr, sehr oft getragen. Hier steht drauf Sex, Drugs & Wiener Walzer. Fand ich sehr, sehr cool. Auch in dieser Kamo-Optik. Also bis heute eine Cap, die ich sehr, sehr feiere, aber selten noch aufsetze, weil auch die Schrift schon extrem dreckig ist. Hier meine letzte Holy Shit Cap. Hier steht drauf Too Many Fucking Heiseln. Die Österreicher werden es verstehen. Finde ich sehr, sehr cool. Bis heute noch setze ich sehr, sehr gerne auf. Ab und zu mal Snapbacks, wie ihr wisst, nicht mehr so mein Fall. Aber wenn man sie biegt, dann geht das Ganze schon klar. Die habe ich so gut wie nie aufgesetzt. Ja, also keine Ahnung, feiere ich heute auch eigentlich nicht mehr so wirklich. Auch die 35 Euro oder so New Era Cap Basic einfach. Dann auch die, ich glaube, die hat fast jeder von euch zu Hause. Nicht wirklich was Besonderes. Basic in Rot passt zu manchen Outfits dazu. Würde ich heute auch niemals mehr aufsetzen. Auch hier, wir bleiben meine klassischen New Era Caps. Die habe ich keine Ahnung, waren das letzte Mal aufgehabt. Die ist auch schon mega dreckig und verstaubt. Sieht man einfach, dass ich die Kappen nicht mehr trage. Und auch die von Michelin Ness. Auch das ist eine Kappenmarke, die einige von euch kennen. Die ist bekannt dafür, dass sie eben hier diese bullige Auswülstung haben. Chicago Bulls. Auch die habe ich so gut wie nie aufgetragen. Wir kommen zu meiner blauen Cocaine & Caviar Cap, die ich heute ebenfalls nie wieder aufsetzen würde. Auch die ist sehr zerdrückt durch den Transport, durch Rucksäcke und so weiter. Habe ich damals sehr oft getragen von Crux ist die. Und die ist von Criminal Damage. Die habe ich eigentlich so gut wie nie getragen. Also die passt auch kaum zu einem Outfit mit diesem leichten Versace Look. Gefällt mir eigentlich nicht. Weiß ich nicht, warum ich mir die gekauft habe. Wir kommen zu meinen letzten drei verrücktesten Caps eigentlich auch. Wie zum Beispiel diese Trucker Cap vom Premiere After Hour Club. Neustädter wissen Bescheid. Absturz Club schlechthin. Dort war ich öfter zu Gast, habe einige Champagnerflaschen dort gekämpft. Irgendwann hat man mir diese Kappe zukommen lassen und ich habe sie in Ehren getragen. Weil auch mit den Too Many Fucking Eiseln und dem Rauschkind hat man schon gewusst, dass ich ein Absturzkind bin. Schrägstrich war. Und daher habe ich die Kappe sehr, sehr gerne getragen. Sieht auch beim Laufen immer wieder. Also man sieht hier sogar schon gelbe Ränder. Die habe ich sehr oft getragen beim Laufen. Und zu meinen sehr verrückten und abgespaceden Cap, wie zum Beispiel diesen Galaxy Print. Den habe ich in Kombination mit einem Galaxy Shirt. Also so ein Basic Shirt mit so einer Galaxy Print Brusttasche getragen. Das hat in der Kombi eigentlich nicht schlecht ausgesehen, aber die Art und Weise, wie ich die Kappe aufgehabt habe, war absolute Katastrophe. Und im gleichen Style, man kennt diesen Schnitt noch von diesen ganzen Supreme Caps, habe ich noch diese Amerika-Flaggenkappe. Whatever. Das sind nicht alle meine Caps. Ich muss dazu sagen, ich habe bestimmt ein Drittel überall verloren. Also egal, ob bei Partys, bei Festivals oder einfach irgendwo liegen gelassen, zum Teil auch gestohlen. Das waren alle meine Caps. Schreibt jetzt in die Kommentare, wie viele ihr gezählt habt. Und wenn wir auf einen Durchschnittswert von 40 Euro kommen, rechnet mal nach, wie viel ich da eigentlich ausgegeben habe. Ich habe absolut keinen Plan. Das waren meine Kappensammlung, liebe Freunde. Ich weiß nicht, ob das überhaupt interessant war. Mich hätte es nicht interessiert, aber nachdem so viele von euch gefragt haben, mache ich das Video natürlich gerne für euch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche Kappe euch am besten gefallen hat und welche ihr am schrecklichsten gefunden habt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und liebe Freunde, abwarten. Nächstes Monat geht es los. Meine neue Marke MAM. Ich bin schon mega gespannt auf euer Feedback und ich freue mich schon extrem darauf. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war es für mich. Euer Maximilian.